So liebe Freunde des Schlagerrocks, der Countdown läuft. Am Rosenmontag spielen für euch die Donnerloch Boys auf dem Zentralplatz in Koblenz vor dem Forum Mittelrhein. Warum wir uns heute bei euch melden, hat einen erfreuligen Grund, denn wir verlosen zweimal zwei VIP-Karten, die beinhalten einmal Sektempfang mit Prinz und Konfluenzia, anschließend lecker Mittagessen und Trinken, danach ab auf die RZ-Tribüne, wo ihr den Rosenmontagszug live in erster Reihe erleben könnt. Also, ihr postet dieses Video und wir sehen uns am 16.02. Rosenmontag live in Koblenz. Bis dann! Musik